hallo und herzlich willkommen in diesem video zeige ich euch was ihr zur vorbereitung auf von version 12 machen könnt denn die nächste stable version ist draußen und es wird euch unmissverständlich oben rechts über die game settings angezeigt dass es eine neue version gibt trotzdem ganz wichtig zur vorbereitung auf version 12 macht euch gedanken darüber wann ihr updaten wollt das ist von vielen faktoren abhängig der erste wichtige faktor für mich ist aber bin ich aktuell in einem laufenden abenteuer in der laufenden kampagne ich würde niemals in einem laufenden abenteuer in der laufenden kampagne updaten ihr seid gerade mittendrin habt alles vorbereitet oder zumindest das meiste je nachdem was für ein spielleiter ihr seid und lauft damit gefahr wenn ihr das update macht dass ihr euch mehr damit beschäftigt die probleme zu fixen als dass ihr euch um eure kampagne oder eure abenteuer kümmern könnt und das ist nervig und anstrengend und führt zu frustrationen deshalb meine größte empfehlung schaut einfach dass ihr zwischen zwei abenteuern oder nach einer kampagne gerade wenn ihr leerlauf habt ein paar wochen zeit macht eine sommerpause was auch immer bietet sich ja vielleicht auch bald an euch dann damit auseinandersetzt das update hochzuziehen und zu schauen was überhaupt notwendig ist damit ihr mit euren welten system und modulen auf der neuen version seit und alles fehlerfrei läuft der nächste tipp ist wenn ihr das machen wollt sprecht auch mit euren spielern ob sie bock haben eine session zero für den technik test wieder zu machen wo sich alle treffen verbinden und alle grundfunktionen einmal getestet werden ihr geht in die character bürgen schaut euch an können alle proben ausgeführt werden die bisher gemacht werden konnten wenn alle funktionen ausgelöst werden bei dsa sind handel zum beispiel funktioniert das ganze macht einen kampf mal spielt wirklich einmal einfach mal so ein testkampf durch kann ja auch mal ganz witzig sondern an einem abend kein roleplay zu machen sondern sich ein bisschen mit dem draufhauen zu beschäftigen plant das bitte vorab ein bevor ihr überhaupt eine erwägung zieht auf die neue version zu gehen könnt ihr euch sowas leisten wollte ich die zeit dafür nehmen ansonsten ist es auch völlig okay dieses etwas penetrante ausrufezeichen zu ignorieren und einfach auf version 11 zu bleiben ich habe gehört es gibt sogar leute die noch version 9 oder 10 im einsatz weil ihre systeme die sie gerne spielen dann nie updates bekommen haben das ist okay das könnt ihr machen keiner zwingt euch dazu auf die neue version zu gehen außer euch selber weil ihr die neuen features ausprobieren wollt natürlich mal ganz cool neue features zu bekommen trotzdem gibt es nichts schlimmeres als wenn ihr ein neues feature habt und gleichzeitig nicht mehr mit der runde spielen könnt weil das system auf einmal komplett kaputt ist und vielleicht sogar eure komplette kampagne kaputt gemacht hat der welt drin dementsprechend macht erstmal das was sie jetzt gerade macht zu ende habt ihr das getan und ihr überlegt euch hoch zu ziehen dann gibt es mittlerweile in fondry selber zwei funktionen die ich euch unbedingt ans herz legen möchte wir gehen dafür zurück ins setup und haben hier oben rechts diesen netten update button dort findet ihr den auch schon es gibt was das thema backup angeht auch mittlerweile möglichkeit per rechtsklick hier ein backup von einzelnen welten zu machen das solltet ihr sowieso immer mal wieder machen hier ein backup machen systeme updaten und dann schauen läuft alles habt ihr ein backup könnt ihr nämlich jederzeit wieder zurück hier oben rechts ist es aber noch mal grundsätzlich eine ganz andere funktion wenn ihr fondry so eingestellt habt ihr habt hier den update channel auf stable was ihr machen sollte das sei denn ihr seid entwickler oder beta tester oder so oder habt jetzt einfach eine testinstanz hier am laufen dann bekommt ihr jetzt den hinweis es gibt eine neue stable version wir sind auf 11 315 und die neue version ist 12 und so weiter ich bin mir nicht sicher welche nummer das jetzt gerade hier ist dann kann ich sagen check for update und bekomme jetzt hier den hinweis zum einen das change log und hier unten mehrere hinweise und was zum jetzt nicht geht von 11 auf 12 ist ihr müsst wieder eine neue installation machen das hat einfach damit zu tun dass foundry zwei komponenten je nachdem welche installation ihr habt einsetzt die foundry nicht mit dem update prozess einsetzen kann bei windows wenn ihr normale windows installation nennt sich das elektron bei linux oder bei einer linux windows installation bei mac bin ich mir sehr unsicher muss ich gestehen ist es node.js und beide komponenten brauchen updates und das klappt nur bei einer kompletten neue installation das heißt weil die hoch von 11 auf 12 könnt ihr nicht über den internen updater hier gehen ihr müsst eine neue installation durchführen bevor ihr das allerdings macht solltet ihr hier einmal auf create snapshot gehen wird snapshot berechnet wie viel platz ihr braucht um von allem was ihr habt welten systeme und module ein backup zu machen um dann nach dem update und die merkt es läuft gar nichts mehr ihr habt euch alles kaputt gemacht alles auf den ursprungszustand wieder hin herstellen zu können also dieser snapshot ist wichtig solltet ihr machen wenn euer platten platz ausreicht ganz wichtig guckt vorher wenn ihr hosting partner habt wie the forge, molten hosting und foundry server bei molten weiß ich es noch bei the forge läuft sowieso alles ein bisschen anders was diesen update prozess angeht gucken wir vielleicht später auch noch mal ganz kurz rein müsst ihr gucken was den platten platz angeht und wie die backups laufen wollt macht zum beispiel nächtlich also sowieso backups da könnt ihr immer zurück da könnt ihr sofort sagen nach der installation ist schief gelaufen du könnt von molten backup zurücksichern lassen das hängt aber auch davon ab welches abo ihr abschließt also schaut da bitte bei den hostingpartnern selber noch mal genau nach ich bin hier jetzt lokal auf meiner maschine haben natürlich genügend platten platziert drauf kann jetzt einfach sagen text snapshot das dauert eine weile und dann habe ich mein snapshot plötzlich zurückgehen kann solltet ihr auf jeden fall machen was ihr auch machen solltet ist preview compatibility compatibility ja es war richtig ich habe bei den vorherigen versuchen der aufnahme schon ein paar mal gestruggelt bei diesem begriff ihr wisst aber was ich meine zur not könnt ihr es nachlesen wenn ihr darauf klickt prüft er alle eure welten module und systeme und zeigt euch an wie viele wirklich kompatibel zu der neuen version sind bei welchen es nicht bestätigt ist bei welchen kompatibilität zu risiken bestehen und welche wirklich komplett inkompatibel sind inkompatibel bedeutet ihr könnt diese module wie zum beispiel hier das schwarze auge das system ist es hier nicht das modul nicht mit der version 12 aktivieren das wäre jetzt wenn ich ein update machen nicht da und nicht nutzbar ganz wichtig aber auch hier ein kleiner warnhinweis selbst wenn ihr nachher alles auf kompatibel habt heißt es nicht dass es keine bugs gibt die module und systementwickler haben natürlich getestet wo sie können haben das update raus gehauen für eure module und systeme aber sie haben nicht sie können nicht alle fehler verhindern es ist ja immer so auch im laufenden version 11 in der laufenden version 11 gibt es immer mal wieder inkompatibilitäten und so weiter und daher lasst verlasst da nicht hundertprozentig darauf aber ist natürlich ein besseres anzeichen wenn hier alles auf grün oder zumindest auf grau steht als wenn ihr alles auf gelb und rot steht gelb lasse ich meistens auch noch so ein bisschen durchgehen muss man testen wenn ihr das hier checkt checkt einfach sind eure systeme die ihr spielen wollt alle kompatibel und sind die module mit denen ihr wirklich spielen wollt das sind die wichtigsten module von euch kompatibel dann könnt ihr schon mal gucken und überlegen ob ihr hochgehen wollt oder nicht also das sind diese beiden funktionen ihr machten snapshot und ihr prüft die kompatibilität meistens macht es umgekehrt ihr macht erst die prüfung und dann macht den snapshot weil dann wollt ihr hoch also der snapshot ist wirklich der letzte schritt vor dem update den ihr geht und danach macht ihr diese ganze neue installation und so weiter dann wechseln wir noch mal ganz kurz zu sofort ich muss sagen ich nutze sofort nicht mehr ich bin nicht mehr ganz drin was ich aber noch weiß ist ihr müsst in den game manager gehen wenn ihr den nutzt ich meinem kleinsten tier was man hier abschließen kann geht das nicht aber ab dem mittleren und den höchsten geht das dann habt ihr hier den game manager hier unter diesem punkt und hier müsst ihr wählen welche standardmäßige von revirti version für die spiele eingesetzt wird und wenn ihr hier so wie ich auf neueste versionen seid dann bekommt ihr sobald gefort die version jetzt frei gibt die neueste version direkt hier eingerichtet und seid auf version 12 wollt ihr das nicht müsst ihr jetzt vor dem veröffentlichen von the forge von der version hier einmal zurückgehen auf die 315 und dann bleibt erstmal alles so wie es ist ihr könnt auch auf ford empfohlen gehen ist auch nicht verkehrt weil ford gibt dann später noch mal frei also als allererstes wird die freigabe hier erteilt und dann wird es von the forge empfohlen so müsste die reihenfolge sein wenn ich es richtig habe das kann man auch machen seit ich habe auf der neuesten version ist ab dem moment wo du ford das frei gibt werden eure welten hochgezogen und ihr bekommt das update friert es euch hier ein wenn ihr das nicht wollt das ist hier die version 11 patch 13 315 dann habt seid ihr erstmal auf der sicheren seite und es verändert sich nichts und ich meine bei den anderen bei den hosting partner müsst ihr sowieso in foundry selber machen ich kann euch nur empfehlen the forge foundry server und multen hosting haben alle drei discord server schaut euch da einmal um fragt nach wieso der aktuelle stand ist und was ihr bestenfalls machen könnt weil wie gesagt ich nutze die nicht mehr darum kann ich da nicht ganz so genau eingehen bei the forge habe ich noch ein developer account wo ich mal reingucken kann und euch das hier zeigen kann deshalb da der kleine ausflug ja das war es zu foundry version 12 habt ihr dazu oder zu der vorbereitung von version 12 es wird nämlich noch ein video folgen wo ich euch die ganze version vorstelle aber habt ihr hierzu noch fragen oder anmerkungen haut es mir wie immer in die kommentare und ansonsten sehen wir uns beim nächsten mal so ciao Untertitelung des ZDF, 2020